Polizeiberichte Berlin 18. Januar 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Mann bei Streit angeschossen. Nummer 0090 In Reineckendorf wurde gestern Nachmittag ein Mann durch einen Schuss verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen stiegen zwei Männer gegen 17.40 Uhr in der Scharnweberstraße aus dem Fahrzeug eines Personenbeförderers aus und trafen sich auf dem Gehweg vor einem Lokal mit einem 50-jährigen Mann. Nach der Übergabe eines Gegenstandes sollen die Männer in einen verbalen Streit geraten sein, in dessen Folge einer der Männer eine Schusswaffe zog und in Richtung des Kontrahenten mehrere Schüsse abgab. Der 50-Jährige erlitt eine Schussverletzung an einem Bein. Ein weiterer Schuss durchschlug die Fensterscheibe der Bar. Verletzt wurde keine weitere Person. Der Schütze und sein Begleiter sollen zu Fuß in Richtung U-Bahnhof Scharnweberstraße geflüchtet sein. Als erste am Ort eintreffende Kräfte eine Einsatzhundertschaft versorgten die Verletzung des Angeschossenen, der wenig später durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde die Beinverletzung operativ versorgt und der Verletzte wurde stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll für den 50-Jährigen nicht bestanden haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung, dem Schützen und seinem Begleiter dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord, übernommen. Bericht, Frau vom Balkon gestürzt, Kriminalpolizei ermittelt. Nummer 0091. Nach einem Sturz von einem Balkon verstarb in der vergangenen Nacht eine Frau in Marzahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich gegen drei Uhr mehrere Personen in einer Wohnung im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Sellerhassestraße. Dort soll es dann zu einem Streit zwischen der 27-jährigen Verstorbenen und einem ebenfalls 27-jährigen Mann gekommen sein. Dieser verlagerte sich aus den Räumlichkeiten der Wohnung auf den Balkon, wo die Frau dann vom Balkon gestürzt sein soll. Weitere anwesende Personen sollen zur Gestürzten hinuntergeeilt sein und sogleich mit Reanimationsmaßnahmen begonnen haben, bis alarmierte Rettungskräfte diese übernahmen, fortführten und die Frau in ein Krankenhaus brachten. Dort verstarb sie später an den Folgen des Sturzes. Einsatzkräfte übergaben die Kinder der Frau den Kindernotdienst. Die zum jetzigen Zeitpunkt unklaren Hintergründe des Ereignisses ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost. Die Wohnung der 27-Jährigen wurde versiegelt. Bericht, Kleinkind bei Wohnungsbrand gestorben. Nummer 0092. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Wesenberger Ring in Britz ist gestern Abend ein Kleinkind ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hörte eine Nachbarin gegen 21.10 Uhr einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung und rief die Feuerwehr. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer einen leblosen, zweijährigen Jungen, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Ort verstarb. Dem 35-jährigen Vater des Kindes war es noch gelungen, seinen weiteren, fünf Jahre alten Sohn sowie sich selbst aus der Wohnung zu retten. Der Vater wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fünfjährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Das Wohnhaus musste für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Sie dauern an. Bericht, Festnahme nach Einbruch. Nummer 0093. Einsatzkräfte der Direktion 1, Nord, nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Heiligenseefest. Gegen 23.40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Ruppiner Chaussee den Schein einer Taschenlampe in dem Gebäude einer Firma und rief die Polizei. Alarmierte Kräfte der Polizeiabschnitte 11 und 12 sahen wenig später einen Mann mit einem Fahrrad von dem Gelände flüchten. Bei einer Absuche fanden die Einsatzkräfte in der Nähe zunächst das Fahrrad und schließlich den Tatverdächtigen, der seine Flucht zu Fuß fortgesetzt hatte. Die Einsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen im Kurzebracker wegfest. Der Festgenommene wird verdächtigt, eine Zugangsstür zu den Firmenräumen aufgebrochen und in mehreren Räumen Behältnisse durchwühlt zu haben. Der 41-Jährige wurde einem Fachkommissariat übergeben, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Diese dauern an. Bericht, ein Sofa und mehrere Container in Brand. Nummer 0094. Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen mehrerer brennender Container in den Stadtteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Informationen sollen zwischen 19 und 20 Uhr zwei Müllcontainer und ein Schuttcontainer in der Falkenseer Chaussee, an der Ecke Hohenzollernring am Heimathort und an der Ecke Erzgebirgsweg Heinleiteweg gebrannt haben. Gegen 21 Uhr bemerkte ein Zeuge darüber hinaus noch ein brennendes Sofa am Fahrbahnrand im Borchertweg. Die Feuerwehr konnte die Brandherde löschen. Menschenleben waren nicht in Gefahr. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin. Bericht, Tatverdächtiger ermittelt. Nummer 0095. Der Tatverdächtige, der am 28. Dezember 2021 einen räuberischen Diebstahl in einer Drogerie am Alexanderplatz begangen haben soll, konnte ermittelt werden. Ein Fachkommissariat der Direktion 5, Citi, für die weiteren Ermittlungen. Erstmeldung Nummer 0064 vom 11. Januar 2023. Räuberischer Diebstahl und Nummer 8211. Polizei bittet um Mithilfe. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll am 28. Dezember 2021 gegen 8.20 Uhr in einer Drogerie im Untergeschoss des S-Bahnhofs Alexanderplatz Waren entwendet haben. Als er von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, kam es zwischen den beiden zu einem Gerangel. Der Unbekannte schubste die Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete unerkannt aus dem Geschäft. Bericht, 15 Durchsuchungen und ein Haftbefehl gegen mutmaßliche Drogenhändler. Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin. Nummer 0096. Insgesamt etwa 86 Kilogramm Haschisch, 16 Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain, etwas mehr als 300.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von ca. 45.000 Euro, fünf Fahrzeuge sowie eine Langwaffe des Typs Karabiner, eine Machete und ein Baseballschläger wurden gestern im Rahmen von richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen gegen insgesamt neun Tatverdächtige im Alter von 26 bis 52 Jahren beschlagnahmt. Gegen einen der Tatverdächtigen, ein 42-Jähriger, konnte zudem ein Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 21 Fällen und Einführens von Betäubungsmitteln vollstreckt und in Vollzug gesetzt werden. Es geht und andere um den Handel mit bis zu 4 Kilogramm Kokain, 60 Kilogramm Marihuana und 200 Kilogramm Haschisch im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020. Diese Mengen sollen sich aus der umfangreichen Auswertung des Messenger-Dienstes EncroChat durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin ergeben haben und führten zum Erlass des Haftbefehls und der Durchsuchungsbeschlüsse. Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei Berlin waren an den Durchsuchungen in insgesamt 15 Objekten in den Bezirken Tempelhof, Mitte, Köpenick, Weißensee, Karo, Reinickendorf, Hohenschönhausen, Altreptow, Friedrichshain und Schöneberg beteiligt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.